Was mich immer wieder begeistert, wenn ich bei Kunden bin, ist zu sehen, dass Busmaschinen, die zum Teil älter sind als ich, im Einsatz sind, vom Kunden gepflegt werden, vom Kunden weiterhin betrieben werden. Mit unserer Compeo-Entwicklung wollen wir natürlich hier anknüpfen und auch die Compeo-Generation für die nächsten 40 Jahre fit machen, dass die Kunden genauso lange mit diesen Maschinen arbeiten können. Und wenn ich dann mit dem Preisniveau der Compeo-Generation diesen Aspekt berücksichtige, bin ich eigentlich deutlich günstiger langfristig mit der Maschine unterwegs als mit den Maschinen unserer Konkurrenz. 40 Jahre produzieren heißt für die Bus AG, dass wir während dieser gesamten Zeitspanne die Maschinen warten, dass wir auch nach 40 Jahren noch Ersatzteile liefern, dass wir auch nach 40 Jahren dem Kunden noch helfen können, seine Maschine zu verbessern laufend, die Kapazität zu erhöhen oder die Performance der Maschine zu verbessern und somit auch nach dieser langen Zeit unsere Kunden noch zufrieden sind mit dem, was sie gekauft haben. Mit der Compeo-Bäureihe zielen wir ganz klar auf die traditionellen Buswerte ab, das heißt auch die Langlebigkeit, die Flexibilität und die Bedienungsfreundlichkeit sind hier ganz klar im Vordergrund. Wir befinden uns mit der Compeo zurzeit in laufenden Projekten, das heißt die Maschinen sind in der Fertigung und wir haben auch seit längerer Zeit jetzt schon Maschinen bei uns im Technikum im Einsatz, wo wir sie auf Herz und Nieren prüfen und wir können jetzt schon sagen, dass die Erwartungen, die wir an die Compeo-Generation hatten, vollumfänglich erfüllt werden.